Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Der Schmetzling? Der Loser? Er ist weg! Schluss damit! Genug gespielt! Beeilung! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Ich übergebe das Antiserum, denn Ausbord für seine Taschen wüßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Ausbord doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Du verschwendest meine Zeit! Ausbord ist der Verbrecher! Nicht dich! Ich möchte Ihnen helfen! Geben Sie mir das Antiserum! Ich verspreche, Ausbord wird angeklagt! Lügner! Genau wie Ausbord! Nichts als Lügen! Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Der Schwächsling? Der Loser? Er ist weg! Schluss damit! Genug gespielt! Vereilung! Vereilung! Was tust du? Nein! Wie enttäuschend! Parker! Sie wussten es? Ich wollte Sie warnen! Aber Sie hörten mir nicht zu! Sie wussten es! Du wirst nicht siegen! Das bedeutet mir zu viel! Sicher nicht mehr! Halt's mir! Sehen Sie nicht, wie viel Leid Sie verursachen! Das verstehst du nicht! Du hast nie so geliebt wie ich! Du solltest mir helfen! Hach mich! provavelause! Wahnsinn! Ah! Fang! Ah! 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 Geh! Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Sie waren mein Held! Sie waren nicht verletzend! Sehen Sie nicht, wie viel Lightly Power sachen! Das verstehst du nicht! Du hast nie so geliebt wie ich! Du solltest mir helfen! Hab' ich! Keine Geräte! Ich bin jetzt Schießer im Heimat! Pferde! Ah! Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter. Dann müssen sie sich wohl selbst retten. Sie waren mein Held. Sie waren so wichtig für mich. Ich hasse es, dass sie mich dazu bringen. Wir wollten die Welt verändern. Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt. Artho! 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 Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein? auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Nein! Das an Sie, Serum! Ah! Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen. So wie alle anderen. Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist hier bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen, auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob Sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und Sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich! Sie haben Recht, Peter! Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich! Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin! Zusammen! Wenn Sie mir helfen! Ich werde tun, was ich kann! Ich sorge für die beste Hilfe! Nein! Wenn Sie mich einsperren! Nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter! Bitte, Peter! Das war nicht ich! Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich! Diemals! Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge! Ihr Geheimnis ist sicher bei mir! Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc! Mehr kann niemand von uns tun! Peter? Auch wenn es unendlich wehtut! Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter!